Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hätte sich ein früheres Einlenken von Bundestrainer Joachim Löw in der Debatte um das ausgebotete Weltmeister-Trio um Thomas Müller gewünscht. Die Aussage kommt ein bisschen spät. Man weiß ja schon länger, dass man durch Corona schon ein Jahr verloren hat und der Umbruch hat einfach nicht funktioniert, sagte Matthäus der Funke Mediengruppe. Im DFB-Kader sieht er das Problem in der Abwehr. Ich halte viel von Antonio Rüdiger. Matthias Ginter und Niklas Süle machen ihren Job befriedigend, aber längst nicht auf dem Niveau wie Mats Hummels oder Jerome Boateng zu ihrer besten Zeit. So Matthäus weiter. Löw hatte zuletzt klarer denn je angedeutet, dass eine Rückkehr von Müller & Co. doch noch möglich wäre. Man könne sich jetzt wirklich überlegen, ob man so einen Umbruch vielleicht mal unterbreche, wenn es unbedingt erforderlich sei. So Löw am vergangenen Wochenende in der ARD-Sportschau. Beim FC Schalke musste Ende vergangener Woche mit Christian Groß der vierte Trainer in dieser Saison seinen Hut nehmen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, hatte der Schweizer beim Tabellenschlusslicht den Rückhalt der Spieler verloren. Mancherorts war sogar von einer Meuterei die Rede gewesen. Torwart Ralf Fährmann hat diese Berichte nun zurückgewiesen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass das so nicht stimmt, dass das Quatsch ist, sagte der zurzeit verletzte Keeper bei The Zone. Nach jedem Spiel wird diskutiert. Wir diskutieren als Mannschaft, wir diskutieren mit den Co-Trainern, wir diskutieren mit dem Trainer. Man habe, so Fährmann, aber auch unter vier Augen und den größeren Gruppengespräche geführt. Wie das dann am Ende dargestellt wurde, sei dann nicht ganz richtig gewesen. Ex-Profi Jürgen Kohler vermisst bei Borussia Dortmund vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern den unbedingten Willen zu Großtaten. Mir fehlt da die absolute Gier, diese Galligkeit, einen Titel gewinnen zu wollen, sagte Kohler, der für beide Klubs gespielt hat, der Funke Mediengruppe. Ein Titel müsse der Anspruch sein, der BVB habe einen großen Etat und einen starken Kader, betonte Kohler. Dortmund kann den Leuten nicht immer sagen, dass sie mit dem zweiten Platz zufrieden sind. Der Anspruch, nach oben zu wollen, muss automatisiert werden. Das muss immer wieder eingefordert werden. Ansonsten kriegt man nicht diese Mia-San-Mia-Mentalität der Bayern. So Kohler weiter.